Dann begrüße ich euch ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz. Vor unserem nächsten Heimspiel am Sonntag um 13.30 Uhr treten wir gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth an. Wir erwarten in Abhängigkeit der kommenden Gästefans zwischen 7.500 und 8.000 Zuschauer und bitten natürlich wie immer alle Fans nochmal den Shuttle Service zu nutzen von den Park-and-Ride-Park-Pets und den umliegenden Bahnhöfen. Damit kommen wir direkt zum sportlichen Horst. Wir haben jetzt die ersten Spiele in der Saison hinter uns gebracht, zuletzt sehr positiv. Vielleicht kann man zum jetzigen Zeitpunkt doch schon ein erstes kleines Zwischenfazid ziehen? Ja, ich glaube das kann man machen. Wir haben schon relativ viel erlebt im Laufe der Runde, dass wir wirklich ganz gut reingekommen sind, spielerisch gut reingekommen sind, aber die Ergebnisse nicht dazu passten. Wir hatten mal eine heftige Niederlage gegen Düsseldorf zu Hause, haben uns davon erholt und konnten jetzt eben drei Erfolge feiern. Also schon einiges durchgemacht in dieser Saison und dementsprechend hoffe ich, dass es auch diese Stabilität dann gibt. Die Jungs haben zuletzt sehr souverän agiert und diese Idee, wir fallen in große Trauer oder kriegen Schwierigkeiten. Wenn wir mal verlieren, hatten wir nicht. Wir sind bei uns geblieben. Die Jungs haben das gut gemanagt und dementsprechend, ja muss ich sagen, sind wir gut rausgekommen aus einer Ergebnisdelle und haben die Erfahrung schon gemacht, dass wenn wir wirklich kontinuierlich beisammen sind und bleiben, dass wir da Erfolge feiern können. Ja und das hat Spaß gemacht zu siegen und gerade in den HSV, hier vor ausverkauftem Haus war es natürlich was Besonderes für uns, für unseren Klub und für mich ist es immer wieder wichtig, dass wir Leute im Stadion haben, die uns anfeuern, wir aber dann eben auch Dinge zurückgeben können und wenn wir es schaffen mit unserer Spiegelweise, auch mit den Ergebnissen, dann Leute glücklicher nach Hause zu schicken, als sie hergekommen sind, finden wir das gut und das ist unser Auftrag, dass wir wirklich Spielfreude transportieren, aber eben auch ein Ergebnis. Du hast jetzt die eigene Spielfreude angesprochen, wie sieht es da beim Gegner aus? Was sind so die Beobachtungen, die du bisher zu Fürth machen konntest? Ja auch da sind es unterschiedliche Ergebnisse, zuletzt eben auch nochmal ein Sieg in Unterzahl, hat für die Moral der Fürther sicherlich auch geholfen und ja es ist immer ein intensives Spiel gegen Fürth, die Jungs die laufen, auch in der Kette laufen sie relativ viel, haben relativ häufig eine Dreierkette gespielt, aber eben auch zwischenzeitlich mal eine Viererkette, so dass ich nicht hundertprozentig sagen kann, wie sie gegen uns auftreten werden, aber was die Intensität und die Laufleistung anbelangt, die Anzahl von Sprints, bin mir sicher, dass es ein hochintensives Spiel werden wird von deren Seite und wir müssen genau dagegen halten. Einmal nochmal der Schwung zu unserer Mannschaft. Es war bisher immer so, dass das Team nie tief gefallen ist, wenn es mal einen Rückschlag gab. Trotzdem kann so drei Siege in Folge auch ein bisschen Auftrieb nochmal geben. Wie hast du die Mannschaft unter der Woche wahrgenommen? Ja, auch da wirklich einen längeren Zeitraum zu nehmen, dass ich sage, so natürlich waren wir unzufrieden mit Ergebnissen und dementsprechend war eine Spannung da und das ist auch eine Erkenntnis, dass ich sage, wir brauchen diese Spannung möglicherweise auch, um Erfolge einzufahren und dementsprechend darf die Spannung dann auch bleiben. Ich glaube, die Jungs haben das gemerkt, dass auch im Training da kein Spannungsabfall da ist, auch von meiner Seite kein Spannungsabfall da ist, obwohl wir dann eben jetzt erfolgreich sind und drei Spiele mal gewonnen haben. Es ist ein bisschen leichter für die Jungs zu nehmen, aber sie sind sehr aufmerksam. Wir bereiten immer wieder Dinge ganz gut vor und die Jungs setzen das im Moment sehr genau um und dementsprechend bin ich sehr erfreut über die Art und Weise, wie die Jungs mit der Situation umgegangen sind und wie sie es auch jetzt machen. Also auch diese Trainingswoche war sehr ordentlich und dementsprechend, ja, soll das so weitergehen. Ist auch mein Anspruch an die Spieler. Wir alle wissen, dass wir in einer anderen Liga sind, dass wir vielleicht nochmal was draufpacken müssen im Vergleich zur Vorsaison, die schon sehr gut war oder überhaupt die Arbeit bisher war immer sehr konzentriert und fokussiert. Wir dürfen jetzt nochmal im Detail genauer werden. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, gerne kurz melden. Wir haben nochmal ein Mikro bei Herkunft. Normalerweise wird in der Anfangsphase der PK die personelle Situation noch angesprochen, aber ja, wie sieht es aus? Wer ist fit? Wer spielt nicht? Was haben die, die nicht spielen? Ja, es ist sehr fraglich noch, wer spielt. Insofern, ja, kann ich da kaum eine Antwort darauf geben, weil einfach noch die nächsten beiden Trainingstage anstehen und ich schauen muss, was passiert. Ja, klar ist, dass Cello ausfallen wird mit seiner Verletzung. Das war, ja, nicht schön für uns, den Sonntag dann zu erleben mit Verletzungen, wo ich sage, dass, ja, da leide ich immer sehr mit. Und mit den Jungs und mit den Spielern fühle ich mich auch immer ein Stück weit verantwortlich, obwohl ich weiß, dass eben Verletzungen dazugehören, aber das hat sicherlich erst mal die Stimmung zu Wochenanfang getrübt. Und unabhängig davon müssen wir einfach weitermachen und hoffen, dass Cello eben auch so schnell wie möglich dann wieder gesund wird, dass Maßnahmen ergriffen werden, wie Operationen und so weiter. Das steht an. Aber wie genau, weiß ich jetzt auch noch nicht hundertprozentig. Ja, also es ist klar, dass er ausfällt. Und ja, alles Weitere werden wir sehen. Dann sehen wir in den Kader, was hat Waid? Ja, wir wissen es nicht genau. Also, Weit wird höchstwahrscheinlich nicht im Kader sein. Das wird länger dauern. Es ist eine Oberschenkelverletzung, wo ich sage, das wird nicht funktionieren. Bei den anderen Jungs weiß ich es nicht. Semi könnte sein. Könnte sein. Felder und Kevin Coffey? Ja, beide sind im Training. Zu Kreuter Fürth. Also Hamburg war ja Highlight-Spiel. Kaiserslautern auf Derby, das erste Mal so. Dann gegen wen musste man was gut machen? Osnabrück. Alles Top-Spiel. Und jetzt kommt so ein emotionsloses Kreuter Fürth hierher. Wie kriegt man die trotzdem auf die Top-Motivation? Also, ich kann das emotionslose nicht sehen. Also, es wird ein hochintensives Spiel. Fürth ist seit Jahren eben auch beteiligt an einer guten zweiten Liga. In der Außendarstellung auch immer wieder sehr positiv bei mir wahrgenommen worden. Insofern freue ich mich auf dieses Duell. Und wir wollen halt Punkte sammeln. Wir sind nicht zufrieden, dass wir jetzt auf dem Tabellenplatz stehen. Wir wollen weiter Punkte sammeln. Und so früh wie möglich eben gucken, dass wir in Richtung 40 Punkten kommen. Und darüber sind wir uns im Klaren, dass am Ende für uns zählt, dass wir so viele Punkte haben, dass wir die Klasse halten können. Und da zählt jedes Spiel, ob das jetzt auswärts ist oder zu Hause. Und eine Verpflichtung zu Hause gegenüber unseren Leuten ist sowieso da. Aber ich glaube, dass die Jungs untereinander so viel Verpflichtung auch sehen, dass sie wissen, ey, wir müssen füreinander da sein. Wir wollen unser Spiel wieder transportieren nach draußen. Und wenn es über Fernsehbilder in die Welt geht und Familienangehörige erreichen oder Fans erreichen, dann sind wir uns dessen bewusst. Und dementsprechend haben wir hier gut aufzutreten. Und das letzte Mal, dass sie gesagt haben, die Jungs haben richtig gut trainiert, tatsächlich vor Düsseldorf. Ich weiß. Und also von daher spielt es keine Rolle, nehme ich an. Nein. Es ist so, als ich den Satz sagte, wusste ich, okay, das letzte Mal war die Düsseldorf-Woche wirklich gut. Ja, diese Woche war nicht ganz so gut wie die Düsseldorf-Woche. Die Düsseldorf-Woche war wirklich so, wo ich sage, ey, das wird gut. Jetzt ist es anders. Und die Erfahrung in den letzten Jahren war halt auch regelmäßig so, dass die Trainingswoche nicht ausschlaggebend ist für eine Spielleistung am Wochenende. Also auch da sage ich das, wie ich es empfinde, wie ich es gesehen habe. Aber letztendlich, dass ich sage, boah, jetzt wird das ein gutes Spiel, kann ich nicht tun. Also es wird immer wieder von Kleinigkeiten noch abhängen. Gegen HSV kamen dann korrekte Schiedsrichter-Entscheidungen dazu und dementsprechend haben uns diese Entscheidungen auch geholfen, im Spiel zu bleiben oder auch in Führung zu gehen. Und das ist immer wieder notwendig bei solchen Spielen in der zweiten Liga, die sehr eng sein werden, dass Kleinigkeiten gut gemacht werden, auch mal in unsere Richtung laufen. Das ist mir klar. Und dementsprechend kann so eine Anfangsphase eben auch für das Spiel was hergeben. Wenn die gut läuft, bist du direkt drin. Wenn sie nicht so gut läuft, wird es halt mühsam. Jetzt fallen eventuell Semi und Cello und White sowieso aus. Gegen Kaiserslautern waren es damals, glaube ich, zwei Platzverweise. Da hattet ihr den Vorteil, bei Fürth ist Krien nicht dabei. Hat das eine Auswirkung, Ausfälle? Nein, es ist letztendlich so, dass alle Kader, glaube ich, so bestückt sind, dass wirklich viele Spieler spielen können und viele Spieler auf der Bank sitzen und manchmal sogar auf der Tribüne sind. Die eigentlich auch eine Startelf-Möglichkeit haben. Also die Kader-Dichte, die ist halt sehr groß bei allen Klubs, glaube ich, in der zweiten Liga, dass auf Ausfälle reagiert werden kann. Und so ist es bei uns und so wird es in Fürth auch sein. Wenn die Schiri das am Anfang der Saison einigermaßen auch so gemacht hätten wie in den letzten drei Spielen, wäre der ganz vorne. Und jetzt könnt ihr auch noch gegen tiefstehende Mannschaft spielen. Also wie schlimm ist das jetzt, was ihr gerade macht? Ich würde nicht sagen, wenn es erfolgreich war, dann ist es eher schön und das wollen wir halt weitermachen. Aber wie gesagt, wir wissen auch, dass jedes Spiel so eng ist. Wir haben diese Schlussphase mal erlebt, wo es kippte, das Spiel. Wir haben eine Schlussphase erlebt, wo es eng war, wo wir dann gegen Hamburg ein bisschen Torwart brauchten und ein bisschen Glück brauchten, um das Spiel zu gewinnen. Und wir wissen, dass wir bis zur Schlussphase immer wieder sehr aufmerksam sein müssen, unsere Dinge gut machen müssen. Ich bin froh, dass wir ein paar Wechsel machen konnten, die dann eben auch den Unterschied gemacht haben, dass wir dann Spiele gedreht haben, beziehungsweise auch die Siegtreffer oder Entscheidertreffer gemacht haben. So soll das weiterhin gehen. Und das zeigt eben auch wieder auf, dass die Jungs, die auf der Bank sitzen, eigentlich auch eine Berechtigung haben zu spielen. Wenn sie so gut reinkommen, haben die sicherlich auch eine Startelfberechtigung. Und das, wie gesagt, ist, glaube ich, in fast allen Mannschaften der zweiten Liga so. Da würde ich gerade zu den Wechseln kommen. Normalerweise in den letzten Monaten, als Robin ausgefallen ist, hat man immer probiert, irgendwie ihn wieder fit zu kriegen, egal ob Training oder nicht, weil er einfach so wichtig für diese Mannschaft ist. Jetzt hat dann Hugo van der Marsch gespielt und alle sagen, wow, was war das für ein Glücksgriff auch. Jetzt sind beide wieder da. Jetzt sind sie in der Reihe. Wer darf denn dann? Ja, das werde ich sicherlich jetzt nicht verraten. Das ist eine Frage bis zum Wochenende, die es zu klären gilt. Und klar ist, dass wir gute Spieler haben und auch gute Spieler einwechseln müssen. Und dementsprechend ist das ein Privileg für alle. Und ja, dass wir mehr Spieler haben, die auf dem Niveau sind, finde ich toll für uns. Und einer von den beiden kann da spielen und vielleicht der eine oder andere auch woanders. Also es gibt immer noch Gedankengänge, dass ein paar Spieler eben auch flexibel einsetzbar sind. Und am Ende müssen wir gucken, dass wir alle auch gesund und leistungsfähig behalten. Und da werde ich keine Überdinge verlangen von den Jungs, die vielleicht viel gespielt haben oder eben bei Jungs, die aus der Verletzung kommen. Herausheben macht man als Trainer eh nicht, du schon gar nicht. Trotzdem, ich habe mit Hugo van der Marsch gestern mal länger gesprochen und ihn kennenlernen dürfen. Wie hast du ihn kennenlernen dürfen? Weil ich weiß nicht, wie du Französisch kannst, aber trotzdem kommuniziert er miteinander. Er hat ja gefühlt gar keine Eingewöhnung gebraucht. Also was hast du da für einen Spieler und für einen Menschen dazu bekommen? Ja, es war schon relativ schnell im ersten Gespräch so, dass ich das Gefühl hatte, es ist ein sehr reflektiver Spieler, der sich Gedanken macht, ob er zu uns wechselt oder nicht wechselt. Er wusste relativ viel von uns, hat gezielte Fragen gestellt. Wo ich das Gefühl hatte, er hat sich sehr genau informiert über unseren Klub und hat mich noch gefragt in dem Gespräch, wie kommt es, dass du so viel weißt über uns? Und das zeigt, glaube ich, auch schon den Charakter. Er hat also eine Entscheidung bewusst getroffen, weil er uns gesehen hat, wie wir miteinander umgehen, dieses familiäre Gut findet, aber eben auch das Mannschaftsdienliche und das Geschlossene, was sicherlich auch seine Qualität ist. Er stellt sich komplett in den Dienst der Mannschaft, haut sich rein. und das ist von der Spielintelligenz ein guter Spieler, der auch marschieren kann, der diese Attribute als Verteidiger eben immer wieder mit nach vorne zu gehen drin hat, aber auch bedingungslos verteidigt sein Herz gezeigt hat und sehr schnell integriert war. Meine Kommunikation ist ein bisschen schleppend. Ich habe ein petit peu Französisch noch drauf, aber mehr auch nicht. Das ist so, dass der Rafael Dorate mir das sehr hilft, der dann eben Französisch kann und gegebenenfalls auch übersetzen muss. Englisch ist für beide nicht so kommunikativ. Er kann das nicht so gut und ich bin jetzt auch nicht der super englisch sprechende Trainer. Ich kann das schon. Ich glaube, mit Wahrheit funktioniert das auch ganz gut auf Englisch. Das geht, aber ja gut, er hat dann schon, ich brauche dann schon Unterstützung mit Rafael und so läuft die Kommunikation dann überwiegend da. Ich habe mich mit ein paar Menschen zum Umfeld unterhalten, die auch gesagt haben, oh, cool, drei Siege in Serie, aber es ist nicht mehr so viel Spektakul. Ich sehe es nicht mehr so gern, wie ich es vorher gesehen habe. Das nimmst du mit Sicherheit gerne in Kauf auf. Was hat man sich denn einzustellen jetzt? Wir haben ja beim letzten Mal über Reife gesprochen. Also ich habe irgendwo eine Statistik gelesen, dass wir die meisten Großchancen erspielt haben. Insofern glaube ich, sind wir da ganz weit vorne und dass wir eine Anpassung haben oder dass unsere Fans auch vielleicht eine Anpassung machen müssen, dass wir nicht mal ganz so viel Spektakel schaffen, wie in der dritten Liga. Das hat halt mit der Liga zu tun und mit den Gegnern. Dass wir natürlich weiterhin Spektakel haben wollen, ist logisch. Das 3-2 gegen Kaiserslautern war sicherlich Spektakel. Das 0-1 gegen oder das 1-2 gegen Rostock war sicherlich auch Spektakel. Letztendlich ist klar, dass wir uns schon anpassen müssen und unsere Fans auch mitgehen müssen. Dass klar ist, dass wir jetzt auch ein bisschen ergebensorientierter gespielt haben, dass wir da vielleicht auch mal den Ball ein bisschen mehr in den eigenen Reihen laufen ließen. Das ist klar. Das war schon auch eine Situation, wo ich sage, bei der hohen Intensität, die wir normalerweise fahren, müssen wir auch gucken, dass wir mal in Ballbesitz Erholungsphasen schaffen, wenn der Gegner das erlaubt. Und wenn er es nicht erlaubt, müssen wir dann schon auch weiter aufs Tor spielen. Das ist vielleicht eine kleine Anpassung, die wir gemacht haben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau den Spektakel wie in der Dritten Liga erleben, ist, glaube ich, nicht berechtigt, da wir einfach eher im Mittelfeld uns ansiedeln dürfen. Wenn wir das schaffen, im Mittelfeld zu sein, ist das Spektakel für mich persönlich genug. Und wie gesagt, in den letzten Spielen war das so, dass wir schon gute Ergebnisse erzielt haben. Und wenn wir viele Schüsse aufs Tor abgeben, wenn wir Großchancen haben, wenn wir gute Expected Goals haben, dann sind wir gut unterwegs. Aber es ist halt nicht so leicht, da die Abwehrreihen zu überwinden und die Torhüter auch. Also da ist auch ein Qualitätssprung in der zweiten Liga gegeben. Nochmal zu der Nummer, Hugo und Vellef. Gibt ja auch noch auf der anderen Seite Maurice und Arne. Arne auch klasse Spiel gemacht, wie er reingekommen ist. Und vorne vielleicht Dominik und Schnelli, rechts vorne Paul und Manu. Also die Situation ist schon oft komfortabel. Also es ist schon auch so, dass wir gute Jungs haben, die wirklich auch spielen können, die im Kader sind, wo ich sage, jetzt muss ich halt dem einen sagen, du spielst nicht, beziehungsweise dem anderen sagen, du darfst spielen. Und letztendlich wissen das die Jungs aber auch. Die sehen sich ja im Training untereinander und wissen, dass da jeder seine Qualität reinbringt. Und diese Ausgangssituation, die mussten wir ja schaffen, dass wir mehr Jungs haben, die eigentlich das Gefühl haben dürfen, wir müssen spielen, weil wir so gut sind. Und das kann ich denen auch bestätigen, den Jungs. Aber ich kann halt nur elf aufstellen, das gibt das Spiel her. Und das wissen aber die Spieler, wir sind in der zweiten Liga angekommen. Es ist nicht mehr irgendwie, alle bei Laune halten. Jeder darf für seine Laune auch selbst verantwortlich sein. Und wenn wir in der zweiten Liga sind, dann muss man einfach gute Laune haben. Das ist so. Wir haben einen Weg hinter uns, wo ich sage, Missmut ist nicht angebracht. Wir dürfen alle die zweite Liga feiern. Und wenn wir Siege haben, dann ist das für uns was ganz Besonderes in der zweiten Liga. Und dementsprechend erwarte ich von den Jungs auch diese Klarheit, dass sie wissen, wo sie sind. Wir haben viele Spieler, die aus unteren Ligen gekommen sind, die nicht Zweitligaspieler waren und dementsprechend einfach auch das genießen sollten. Was erwarten Sie von Fürth? Gehen die drauf, warten die ab? Ich gehe davon aus, dass sie drauf gehen, dass sie intensiv spielen, dass sie uns ansprinden werden, anlaufen werden. Sie hatten auch Phasen in anderen Spielen, wo sie sich ein bisschen zurückfallen ließen. Aber ich habe das Gefühl, dass es eher Gasfußball geben wird. Und in Wiesbaden war es so, dass der Gegner trotz Rückstand immer noch nicht angegriffen hat. Und ihr habt euch dann, also Schnelli vor allem kam durch vom Sturm ins Mittelfeld mit Gegnerdruck und habt den Ball gewollt, habt ihn dann verloren. Dann gab es Eckball. Ihr hättet einfach nur hin und her spielen müssen, bis die irgendwann in der 70. Minute sagen, komm, wir greifen dann doch an. Also ich glaube, dass es normal ist, dass es Spielphasen gibt, wo wir wirklich mal Attacke fahren, wo wir dann auch ein Mittelfeldpressing haben oder Abwehrpressing manchmal sogar machen müssen. Ich glaube, es hat der Gegner genauso. Es ist ein bisschen mehr Taktieren noch in den Spielen drin als vorher vielleicht. Wir können auch nicht mehr nur bedingungslos Attacke fahren. Wir wollen das überwiegend schon noch tun, aber wir sind halt manchmal auch gezwungen, etwas tiefer zu stehen, weil der Gegner dann sich rausspielt und wir ein großes Feld zu verteidigen haben. Da müssen wir auch gucken, dass die Bereiche einfach die Räume klein werden, um wirklich zu attackieren und dem Gegner wenig Raum zu lassen. Ich glaube, das ist ganz normal, dass es immer wieder auch Spielphasen gibt, wo das eine passiert, aber auch wo das andere dann kommt. Noch eine Rückfrage von dir? Nicht mehr? Okay. Dann danke ich euch fürs Kommen und wir sehen uns dann am Sonntag an gleicher Stelle nochmal. Dankeschön. 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 Dankeschön.